Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Der Deadline Day ist ja vorüber im HFC Schalke 04, gab es zwar im letzten Neuzang mit dem Koreaner Lee, ein anderer Offensiv von Abba, der sich vor wenigen Monaten noch selbst im Spiel für einen Wechsel zu Schalke gebracht hatte, kommt nicht. Und deswegen sind einige Fans auch so ein bisschen enttäuscht, denn dieser Stürmer entschied sich für einen Wechsel zu Brighton & Half Albion in die Premier League. Für Schalke würde ich auch in die zweite Liga gehen. Allslange ist ja dieses Zitat aus dem Munde von Denis Underf noch gar nicht her. Er saugt schon länger für Fohre in Belgien, ist dort bei Union Saint-Julie einer der Top-Stürmer der Liga. Aktuell stehen seine Zahlen bei 18 Treffern und 13 Assists aus 25 Spielen und schon vor einigen Wochen deutete er an, dass er Interesse hätte, zum FC Schalke 04 zu kommen. Doch seine weiterhin wirklich sehr guten Leistungen haben in der Zwischenzeit auch andere Klubs auf den Plan gerufen und deswegen wurde nun auch ein Transfermodell gefunden. Denn Underf wechselt zwar nicht sofort, aber er wechselt auch genauso wenig nach Deutschland. Denn der südenglische Klub Brighton & Half Albion hat Dennis Underf verpflichtet, um ihn aber auch vorerst noch an seinen aktuellen Stammverein Union für den Rest der Saison zu verleihen. Sprich erst im Sommer wird er dann in der Premier League auflaufen. Der FC Schalke 04 und seine Fans vor allen Dingen auch gucken somit in die Röhre in Bezug auf die von Underf selbst geschütte Hoffnung, dass dieser bald die Königsbaum verstärken würde. Aus Sicht des Spielers natürlich auch mehr als verständlich, dass er in die beste Liga der Welt, wie man immer sagt, wechselt statt ins deutsche Fußballunterhaus. Für Schalke dennoch eine Enttäuschung in doppelter Hinsicht, so zumindest schreibt das Schalke total. Nicht allein wird man nun doch nicht durch eine wiesnermaßen starken Schimmer verstärkt. Durch diesen Vorgang wird Schalke auch noch einmal klar vor Augen geführt, dass man zurzeit alles andere als ein europäischer Spitzenklub ist. Und selbst das vergleichsweise kleine Brighton & Half Albion ist derzeit attraktiver als der FC Schalke 04. So also das Fazit von Schalke total. Ja gut, kann man jetzt auch analysieren, wie man möchte. Also Dennis Underf und Schalke war eine Geschichte wie Robin Gossens und Schalke, die Spieler schwärmen vom S04, meinen sie würden auch für Schalke in der zweiten Liga spielen. Am Ende ist das einfach auch viel Floskeln und viel Gerede. Ist ja schön und gut, wenn sie den Klub Schalke 04 mögen. Aber Fakt ist auch, das hat man ja jetzt noch bei Robin Gossens gesehen, am Ende geht es um die Karriere, um den sportlichen Wert, vor allen Dingen aber natürlich auch um das Finanzielle. Und deswegen logisch, meiner Meinung nach, dass Dennis Underf vor allen Dingen auch zu einem relativ kleinen Premier League Verein wechselt, weil ich glaube, gehaltstechnisch wird er schon einen Megasprung machen. Also, seid nicht enttäuscht, das Gerücht, Dennis Underf und Schalke war nie wirklich da. Trotzdem mal gerne eure Meinung zu Dennis Underf unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020